Er sagt, du sagtest doch im Darst, dass wir niemals von jemandem etwas gehört haben, der uns über den Tod berichten konnte. Aber letztes Mal hast du uns doch die Geschichte erzählt von einer Gruppe von Bani Israel, die Allah darum gebeten haben, dass er einen Toten zu ihnen schickt und dass dieser ihnen über den Tod berichtet. Das ist richtig. Das ist richtig. Wir reden immer allgemein. Weil wenn wir immer mit den Ausnahmen anfangen, Achil Karim, dann haben wir Probleme. Wenn einer zu dir kommt und dir sagt, darf ich Alkohol trinken, was sagst du ihm? Gibt es aber Sonderfälle, wo er doch darf? Okay, aber warum fängst du nicht damit an? Weil er dir nicht mehr zuhören wird, sobald du ihm sagst, ja, aber, bei dem aber ist er schon weg. Der hat schon die Flasche im Mund, richtig? Deswegen antworten wir immer allgemein. Aber sonst hast du recht, du hast sehr gut aufgepasst, MashaAllah, er kriegt danach ein Bonbon, aber ohne Gelatine. Da ist er schon, der Bonbon. Alhamdulillah. Bye, bitteschön.